Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück, bin ich hier richtig? Ist das, ist das Minekraft? Ist das Minekraft Aura, das PvP-Event? Oh Gott, wir müssen uns mal wieder bekriegen. Heute als Extra-Item gibt es den Apfel, den es letztes Mal nicht gab, den wir vergessen haben. Ich hab gleich zu Beginn einen Hunger weniger, das wird mir noch zum Verhängnis, da muss ich gleich spaßsam sein. Und wir haben 20 Creeper-Spawner. Heißt, ich bin in meinem kleinen Haus sehr unsicher. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass irgendjemand gerade bei diesem Haus es lustig finden würde, die Türe aufzumachen, alle Creeper-Spawn, die Türe zuzumachen und ich sterbe einfach an Explosion. Ja, das wäre lustig. Mein Plan ist es, ich weiß nicht, was mein Plan ist. Ich glaube, ich werde einfach, diesmal richtig aggressiv, Manu angreifen. Ich werde Manu angreifen. Ich werde ein Taddles Haus hoch, Gomme, dein Helm. Gomme hat keinen Helm, naja, egal, der wird schon seinen Helm haben. So, ich werde einfach richtig aggressiv erstmal Taddles Haus hochklettern. Ja, so aggressiv wie ich bin, ich werde jetzt schon einen Kuchen essen, das ist jetzt ein Nachteil, aber egal. Und dann, wo ist Manu? Ist jemand hinter mir? Dahin, an die Wand. Und einfach. Uns alle in den Tod stürzen! Oh Gott! So, ach, das fand ich lustig. So, und jetzt gehen wir wieder. Oh, okay. So, da hatten wir eine spaßige Sache, haben wir uns beide in die Luft gesprengt. Hallo! Und schmeiß mal Schneeball zu Zombie. Ich stehe hier ja, ehrlich gesagt, ein bisschen ungünstig, muss ich zugeben. Aber ich versuche ihn zu treffen. Also, ich habe gerade Angst, dass jemand sich mit einer Perle zu mir wirft und mich dann einfach umbringt. Ich glaube, diese Sorge ist sogar berechtigt. Aber nein, sowas passiert nicht. Hier explodieren nur ganz viele Sachen. Ah, Mr. Mobile wieder direkt zu Izzy. Ähm, okay. Frage ist jetzt, wo ist Manu? Manu hat gerade Schaden bekommen. Das ist auf jeden Fall klar. Aber er ist unauffindbar. Wo ist er hin? Ist er zurück auf seinen Turm? Manu hat gerade Izzy umgebracht, um seine Rüstung zu bekommen. Der Arme wird immer von irgendjemandem umgebracht, nur damit man Rüstung bekommt. Und vielleicht haben die Creeper auch die Rüstung kaputt gesprengt. Das wäre natürlich sehr gut. Außerdem, was mir überhaupt nicht gefällt, das habe ich auch schon in der Folge angesprochen, man kann nirgends mehr runterfallen. Man kann sich jetzt mit den Creepern kaputt sprengen, aber man hat gesehen, mir haben so viele Creeper nur so wenig Schaden gemacht. So, Gomme. Ich weiß nicht, ah, er hat sich gerade mit einer Enderperle geworfen, ob das so schlau ist. Mr. More Game Suffered in the Wall. Es erstickt, ist mir auch mal passiert. Passiert. Ist ein unschöner Tod. Aber egal. Leute sterben, Leute überleben. Ich renne durch die Gegend. Oh je. Menschen, wo seid ihr? Okay, Mr. More Game ist draußen. Pixelwolf ist draußen. IZZI ist draußen. Ja, was machen wir jetzt mit Manu? Manu hat Rüstung. Mehr Rüstung, als ich gut finde. Und mehr Essen, als ich gut finde. Die einzige Sache ist eigentlich gerade, Essen zu sparen. Warum explodiert hier die ganze Zeit irgendwas? Oh, das war ein schlechter Wurf. Das war ein sehr schlechter Wurf. Ähm. Ich möchte ehrlich gesagt da hin. Doch, ich möchte da hin. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder dran vorbeiverfen in meinen Tod. Manu hat eine Enderperle geworfen. Hä? Hat er es da hochgeschafft? Ne, er kommt jetzt wieder hier raus. Er hat auch gegessen, äh, einen Goldapfel gegessen. Ich hoffe einfach, dass die Creeper jetzt reichen. Und ich jetzt meinen Goldapfel regeneriere durch Leben. Und ich habe Manu getötet. Durch die Creeper. Dass es so weit kommen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Ohne den Goldapfel hätte ich eventuell sogar verloren. Jetzt müssen wir allerdings vorsichtig sein. Wir haben die Rüstung, um zu gewinnen. Manu hat die Rüstung von Izzi. Ich will erstmal irgendwo hin und schauen, was wir so an Loot uns holen konnten. Wer lebt denn noch? Es leben noch vier Leute. Und diesmal sind wir echt in der Loot-Situation, dass wir sagen können, ja, wir können gewinnen. Doch, doch, das sieht sehr gut aus. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wir können aggressiv überall rangehen. Jetzt dürfen wir nur noch nicht runterfallen. Wir haben sogar noch, ne, er hat alle Tränke. Wir haben so viele Swiffness-Potions. Sehr unglaublich. Hier, diesen Gunpowder kann ich aber wegwerfen. Und die Lernflaschen brauche ich auch nicht mehr. Ich muss nur aufpassen, dass ich alles gut teile. Wir haben genügend Essen. Wir haben alles. So, da ist auf jeden Fall Zombie. Dann werfen wir mal ne Ender-Perle. Oh Gott! Zombie muss ich richtig erschrocken haben. Ich hab keine Creeper mehr. Das ist jetzt die Sache. Wie machen wir das am besten? Die haben noch Creeper. Ich hätte auch gern Creeper. Wir könnten eigentlich richtig... Ja, komm, wir gehen einfach drauf. Ich hasse es, Leute totzuschlagen. Das ist einfach nervig. Das ist eine nervige Art und Weise. Oh, Creeper. Nein, schlag mich nicht. Komm mal, geh zu den Creepern. Geh du zu den Creepern. Creep, creep. Hier. Los, Zombie hin. Zombie ist verschwunden. Ähm, wer lebt denn noch? Zombie, 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 Zombie und, ähm, Delay. Was ich vorhin mit Manu gemacht hab, war natürlich richtig riskant. Das hätte auch ultra nach hinten losgehen können. So, und jetzt, ich weiß nicht. Gomme, Gomme hab ich das Gefühl, der ist mehr angehittet. Auch wenn es mittlerweile keinen Unterschied mehr macht. Ich kann einfach an den Creepern vorbeirin. Die einzige Falle, die man noch stellen könnte, wäre auf der unteren Plattform. Dass man versucht, da jemanden runterzuschlagen. Aber in meiner Situation, ich bin gerade, ja, in einer Situation, in der ich nicht unbedingt Sachen verschwenden will. Also, ich will nichts mehr riskieren. Das ist irgendwie traurig. Hallo. Stirb, Zombie. Oh nein, Delay. Er hat mich mit den Schneebellen gespecht und jetzt das. Wer hätte damit rechnen können? Los, stirb. Du wolltest Zombie. Töten. Nein, eigentlich willst du mich töten. Aber du könntest in der Theorie eventuell Zombie töten. Okay, ich hab gerade wieder Angst, dass meine Enderperlen mich nicht retten. Ich hab das Essen. Ich muss keine Sorge haben wegen irgendetwas. Ja gut, die Sache ist, man schlägt einfach die Leute weg. Und nicht zu den Creepern hin. Okay, jetzt ist mein Creeper explodiert. Aber selbst das bringt einem nichts, wenn man hier im Wasser ist. Aber das macht einfach keinen Schaden. Die Creeper machen echt nur einen Massenschaden. Und ich würde sagen, ich hab die Enderperlen. Ich werfe mich hinter ihnen. Und eventuell, naja, Herr Bergmanns Baumfarm sich zu werfen, bringt auch nichts. So, ich muss auch aufpassen, wenn ich, dass ich meine Rüstung rechtzeitig auswechsel. Und Zombie unterstützt mich anscheinend. Oh, das ist richtig schlecht, dass man da Geräusche hört. Und ich sollte auch nicht springen. Ich werde mich erstmal kurz zurückziehen und schauen, wie es mit meiner Rüstung steht. Am besten geeignet dafür ist natürlich Manus' Turm oder Zombies' Turm. Deswegen kletter ich einfach mal wieder Taddles Haus hoch. Auf Taddles Haus oben fühle ich mich auch halbwegs sicher. Und wir checken unseren Bestand, also was wir gerade noch haben. Okay, es sieht alles noch super aus. Ich muss keine Angst mehr haben. Ich hab das Loot von drei Menschen, wie man an meinen, äh, von zwei Menschen, wie man an meinen, hä, Sticks sieht. Oh Gott, wenn ich jetzt sterbe, das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ich sterbe. Okay, der Tod war nicht nötig. Das hab ich einfach nicht kommen sehen. Und ich hab so langsam reagiert. Na ja, egal, dann würde ich sagen, schaut bei Zombie, Gomme und Delay vorbei, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Und wir sehen uns beim nächsten PvP-Event. Das ich dann auch so gut gewinne. Ich mach hier auch hinten dran noch einen schwarzen Screen oder so, damit man nicht gespoilert ist. Weil der Tod, der kam überraschend. Ja, tschüss. das ist ein respostaes Unterstützung. Eigentliches Moment. Ich mach ini. Ja, tschüss. ada. J spooky. Mit mir auf Sith. Einziger medication. Tag. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.